Ola und herzlich willkommen zu unserer Reise nach Andalusien. Von Frankfurt aus geht es Richtung Süden an die Costa del Sol. Wir machen zwei Wochen Urlaub zwischen Marbella und Malaga. Unsere Unterkunft befindet sich in Sitio de Cala Honda, einem kleinen Ort in Richtung Marbella. Jetzt holen wir erstmal unsere Koffer und dann fahren wir auch schon direkt zu unserem Apartment. Die Fahrt dauert so in etwa 40 Minuten. Das hier ist Sitio de Cala Honda, jedenfalls ein kleiner Teil davon. Der Ort wurde 1963 gegründet und wird überwiegend von Briten, Skandinavien und Deutschen bewohnt. Spanische Einwohner sind hier in der Unterzahl. Wie ihr merkt, es geht bergauf. Unsere Wohnung befindet sich hoch über der Stadt. Wir gehen jetzt gerade mal rein, aber nur ganz kurz. Einen ausführlichen Rundgang haben wir euch am Ende des Films im Abspann verlinkt. Rundgangativo Wir sind klassisch, wir sind die Untertradel Farben, der muss werden life знаешь immer. Die Zeit in Untertitel von der Stadt Der Nachricht Con la que me miraste ayer De mi habitación, aún siento tu calor, mujer Recuerdo la pasión, con la que me miraste ayer De mi habitación, aún siento tu calor, mujer Recuerdo la pasión, aún siento tu calor, mujer Recuerdo que la situación podría ser un poco más Este Parkplatz aquí es uno de los próximos al marco y coste una spende Jedenfalls, wenn ihr nicht schneller seid als die Parkplatzwächte ¡Gracias! 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 Malerische Gassen, großartige Aussichten und nebenbei eines der schönsten Bergdörfer an der Costa del Sol. Wir sind auf dem Weg nach Michas. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 An dieser Stelle hier müssen wir jetzt mal ein Restaurant empfehlen, das Triana. Hier erwartet euch eine kleine, aber feine Speisekarte und das, was draufsteht, schmeckt sehr lecker. Die Atmosphäre ist leger und wir haben uns hier echt wohl gefühlt. Die Adresse und so weiter haben wir euch in die Videobeschreibung gepackt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Me encuentras abriendo Cada recuerdo, cada recuerdo es un beso Cielito Abriendo Tu el voo abensarte Cielito 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 Abriendo Ja, ihr seht richtig, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wie das immer so mit dem Urlaub ist, er ist einfach zu kurz. Wir hoffen euch hat das Video gefallen, ein Daumen nach oben würde uns freuen und ein Abo wäre natürlich auch toll. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.